Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe wieder mal so einen Topf gefunden, wo wahrscheinlich eine Klangperle drin ist. Und. Scheint so. 83 Augen. Gehen wir eine Runde, schauen wir mal, was es zu holen gibt. Tja, da hat es nur eine Chance hattest du. Klangperle des Kordelhändlers. Wir können dann folgendes bei der Zwillingsjugend vor Hüllen kaufen in der Tafelrundfeste. Kordel. Wow. Danke. Danke für gefühlt nichts. Wo befinde ich mich? Ich befinde mich direkt neben der Stadt Weitblick. Haha. Hier ist das Addon. Hier rettet man nach vorne, durch den Felsen hindurch. Hier am Rand nach oben, kommt hier raus. Rettet hier nach oben. Bis hier hinter und schießt dann das Rote, was ich gerade gezeigt habe. Und das war's. Für die Klangperle mit den Kordeln. Danke. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr könnt sogar Mitglied werden meines Kanals. Dann könnt ihr mich noch mehr unterstützen. Vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020